Ab und zu bin ich auch sehr sauer, ja, bei der Seite, so wie der Fall, was ich erzählt habe. Aber in diesem Moment habe ich, ich habe selber gespielt und ich war auch immer dran. Und dann normalerweise gegen mir sollte man dann immer Elfmeter geben, ja. Und dann bist du da, bist du bei der Sache dabei. Es war nicht so große Absicht und nicht so böse Sache. Fifty-fifty und sagst du nichts. Weißt du, wer das am besten konnte bei Steiner Situation? Jolly Swereson, weißt du das? Ja, weiß ich. Profi. Aber du hast auch nicht schlecht. Nee, weißt du, was er mal gemacht hat? Der hat gar nicht geguckt, wo die Ecke herkommt. Der hat nur mich immer angeguckt oder dich. Und dann hat er sich auf dich draufgeschmissen. Und irgendwann lag er dann unten. Und dann hat er mal Freistoß bekommen. Das ist unfassbar. Also man kann das auch geschickt anstellen.